Wenn Sie schon keine Zeit oder auch keine Lust haben, Ihr Geld selbstständig die ganze Zeit zu verwalten, sich immer darum zu kümmern, dann sollten Sie wenigstens mit einem Partner arbeiten, der vorwiegend Ihr Interesse im Blick hat und nicht sein eigenes Provisionsinteresse verfolgt. Und da ist ein Anbieter Quirion Digitale Vermögensverwaltung. Quirion kennen Sie vielleicht, ist die Tochter der Quirin Bank, also keine klassische Bank in dem Sinn, dass dort die eigenen Produkte verkauft werden. Nein, dementsprechend die Bank auch ein Interesse hat, die eigenen Produkte an den Mann zu bringen, sondern da werden Berater fest bezahlt mit einem Beratungshonorar, ein viel fairerer Ansatz, wie ich finde. Und ich kenne eine Menge Leute aus dem klassischen Bankenbereich, die mir erzählt haben, ja, wir haben ständig erweiterte, erhöhte Jahresziele, da können wir gar nicht anders, als unseren Kunden diese Produkte aufs Auge zu drücken, die natürlich aus dem eigenen Haus stammen. Ob die Kunden die Produkte brauchen können oder nicht, ist da eher zweitrangig. Da wird einer Oma Cibulski ein Produkt verkauft, was definitiv nicht für sie passt. Und da sagte Quirion richtigerweise, ja, Provisionen verderben den Charakter und lenken den Fokus weg von den wirklichen Anlagezielen. Die provisionsgetriebenen Anlageberater, andere Banken arbeiten scheinbar kostenlos, aber faktisch bezahlen sie dann hinten raus viel mehr, als wenn sie eben wirklich die Honorare bezahlen, die anständige Berater eben mal aufrufen. Das gehört dazu. Jeder muss eben bezahlt werden für das, was er leistet. Und bei Quirion, digitale Vermögensverwaltung, ist einfach Fairness angesagt. Und das unterscheidet eben die ganze Geschichte von klassischen Banken. Ha, so sieht also jemand aus, der die Finanzbranche revolutioniert hat. Nicht revolutioniert, aber die Bankbranche hat den Kunden völlig aus dem Fokus verloren. Deshalb haben wir Quirion gestartet, was ganz einfach ist, damit ich über einen einfachen Modus mein Geld anlegen kann an den weltweiten Märkten. Und jetzt seid ihr auch noch Testsieger geworden, habe ich gelesen. Ja, wir haben uns schon wirklich sehr gefreut, dass wir Testsieger bei der Stiftung Warentest geworden sind. Das ist ja immerhin eine Institution. Ich habe im Moment 1000 Euro. Kann ich damit bei euch auch schon anfangen? Na klar, du kannst ab 1000 Euro dein Geld bei Quirion anlegen und dann bekommst du wirklich eine professionelle Geldanlage. Und wie funktioniert das ganz konkret? Na, ist ganz einfach. Ich gehe auf die Webseite von Quirion.de, beantworte ein paar Fragen und dann bekomme ich ein professionelles Portfolio, was zu mir passt. Und die Experten von Quirion, die kümmern sich dann um die Details. Das klingt ja ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Darauf kann ich wirklich vertrauen? Na klar, weil Quirion ist eine Tochter der Quirion Privatbank und die hat eine langjährige Expertise und Erfahrung in dem Anlegen von Geld.